wenn ich immer in lobbies bin dann irgendwelche explosionen irgendwelche autos und dann explodieren die natürlich das ist öfters mal so ich habe eine lobby mit 19 leuten dann soll ich dir gleich nach der will mich gleich direkt einer umbringen alter das ist doch gute voraussetzungen für das was wir machen wollen passt doch direkt auf kieler 666 erde merken wir auch wir kommen jetzt vor mir ist auch noch sehr zu fehlgeschlagen wird mich verarscht ich nicht für kevin hier weg fährt wie weit er weg fährt einfach das war vielleicht auch in die stadt und du bloß zurück ich darfst du hier mache ich hab vielleicht noch schön mit mord anziehen alle wissen dass sie sie geben wer so wo ich den abruf erstmal muss ich in die lobby join ich bin schon da dauert gerade wieder ewig hier gta kühler kühler 666 jetzt nicht so zwei kilometer weg von mir hier geht jeder ein auf den sachsen sachen und ein dreckiges schlampe alter ja ganz ehrlich nicht können wir ja ich jetzt gerade ich komme zu dir ja wo ist er denn hin jetzt ja bei dir 22 sekunden warten halt weckt mich doch wie genau der sitzende so weit ist es gegenwärtig voll mit spielern kein tor und nicht ich habe einer ist gerade auf mich zugeflogen ich habe da will ich vom auto auch ihr dreckst kopf gehen wir nicht auf eier die kopf kommen zu voll speed angeflogen ich habe schon drei sterne ich werde ach ja kaum hat wenn ich auf einem drauf steigt der abkehr also nicht kann der sitz und diese beiden versuchten das ist gegenwärtig von mitspielern wir sind 29 noch nicht beitreten andere lobby suchen und warum weil dieses spiel für alles einfach zu lange braucht man sich dafür acht minuten du meinst eine stunde und acht minuten wir haben doch gesagt immer heute länger aus spiel am 312 angefangen habe ich später wir haben spät jetzt angefangen bleibt doch mal ganz gechillt mann wo er die kumpel sachen in den pro eine bei mir in meinem letzten arbeitsplatz geredet also gerade so spaß hier ja ich hätte ja mitgemacht aber wenn es voll ist es schade weil da war so ein zwei leute die ein bisschen auf den rekord gegangen sind und dachte ich mir jetzt gehen wir da mit drauf 27 26 wir hatten ja eine tolle lobby aber kam ja keiner rein warum auch immer ja überall joinst du mal rein in irgendwelche vollen lobbies und dann und da kriegst eigene öffentliche die nicht zu bringen und die werden nicht voll genau man wird zu gehen und würdest du gehen und wolltest du gehen heute weiß auch noch gar nicht okay ich glaube das wird schwierig mit deinem kumpel da dass der da doch irgendwie dazukommt ja ich habe noch gestehen jetzt da kommt nichts kann ich leider auch nicht ändern 26 bei mir hier 25 ich habe ja auch ein paar einige plus 20 bitte haben die geduld sie werden verbunden ihre voraussichtliche wartezeit beträgt ungefähr zehn minuten ja ich hänge ich schon seit einer dreiviertel stunde in der warteschleife danke da 26 26 das ist die 7 lobby die ich vorhin schon hatte perfekt ich habe hier 23 dann versuchen wir es doch mal bei dir noch noch ist aber relativ ruhig wenn das ja wenn das hier ja ich weiß nicht was den rico für wie laut er hat keine ahnung in dem ladevorgang vielleicht auch der dauert immer ewiglich man 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 kann dann gehe ich mal bei gefrein oder was hast du den rico wie viel hast du keine ahnung bin ich hatte vorgelegt herrschlau 04 ist gestorben ich gehe jetzt gerade bei wir sind nur noch zwei fertig ohje 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 kleine ein ist das auch gerade bei hendigo jaa das kommt gleich wieder dater die blieb mit und er tut gut an ich bin auch jetzt drin doch gleich eine Explosion als ich reinkomme ja ich auch vor der Tat gehört hat deswegen wusste ich dass die Stimme sind die haben nur Pro da sind wir mit der Ami Kuppern so dann lasst uns jetzt kein Krieger anfangen was Krieger fangen ich hab auch gehört nach der Nähe der Explosion neben den Sachen explodiert ich hab gerade nicht in den Kopf ich bin gestorben ich bin gestorben es ist Ist das rot bei mir? Ne, Kevin ist rot bei mir. Keine Ahnung, bald sein. Bruno, como este voce? Banane. Banane tötet wen? Weiß ich nicht. Ich wollte euch wissen, dass ich es heute zum Brasilienmixer machen kann. Was ist mit der Kultur, Mann? So alive und in der Moment. Wir können halt nicht auf Banane gehen, dass es mit dahinten uns einmischt, das ist klar. Warte, ich guck gerade auf Level 172 zu 96. Jetzt muss ich es heißen. Easy. Let's go. Da hinten mit hin oder was? Ja. Okay. Wir mischen uns einfach mit ein. Oha. Kannst du ordentlich fliegen? Du machst mich dadurch nicht schneller. Oha. Das ist ja witzig. Tada. Boah, der tötet ihn auch schon zum zweiten Mal. Ja. Ich folge dir einfach mal ganz notfällig. Das sind wir völlig. Wir fahren drei, keine Ahnung, was wir wagen rum. Oh. Ei, ei, ei. Ja, das war auch gerade sehr unauffällig. Einen Schuss? Er hat dich mit einem Schuss gekillt? Niemals. Niemals hat er das gemacht. Oha. Oha. Was ist die Hagt bestrakan? bist du nicht hier bei uns am strand ja ja ich bin mit am strand aber auch weiß ich doch nicht jetzt wahrscheinlich der typ ich weiß ich habe nicht gesagt ich habe schon zwei raketen abgekürzt und dann gehen wir weg stellen warum rennt er jetzt weg er war mir geht die kraft aber ja er ist jetzt wo ganz anders gespawnt ich hatte aber gehört ein bisschen an mit dem gepanterten wagen das unten unter der brüche durch das ist ein vier sitzer das auto schon seit einer ewigkeit weiß ich nicht dass es vier sätze ist die sonder schattet sich zwei starten wo ist er haben wir ja vor der links ist er ja geil das versteht sich selbst da möchte ich keine ein aber der wird der wird er der wird im braun das weiß ich was er jetzt ruhig ist doch mehr der grüne die das nicht die ganze zeit angelegt hat ok mein freundlich jetzt ist aber mal hier da kommt er wieder mit seiner scheiß mk22 mit einem schuss hat diese dresden der weg zu jemanden der hat auf jeden fall gerade nichts gemacht hat sich deswegen ich will ja jetzt ja der der ansel gerade ist der kröner kommt wieder oder der wird gefickt omega banane ist zurück vorsicht weiter die straße hoch glaube die dreckskopf alter das ist ja geil ja was ist ja damit wo eine bekannte von mir im mp arbeitet hier der frise laden der noch hier ich hab ihn gerade erschossen ich weiß nicht wo der jetzt gerade ist der ist auf der straße oben gespawnt ich hab dein auto hochgegeben ich bin da an die haus wieder der muss man ja was anderes aber eingefahren wird das ist der rückdruck hat das zu recht von mir kommt der Karte ist auf jeden Fall los Ah Mist nicht mehr rechtzeitig hinter die Mauer gekommen Das ist ein bestimmter Schwitzer, hätte ich mit euch Oder einer von den Tryhardern Äh, gleich Gestalt Abhin Ja, ich hab ihn abgelenkt Ja, ich hab ihn verliebt Die Fika 18, keiner fickt mich Was? 1,3,7 Nee, leike, bitch Oh, wie kann man einer, mein Freund Ist das ein Kollege von dir, der Fakie? Nö Weil er sich hier grad abgeliefert hat? Ja Keine Ahnung Der ist bei dem Gebäude Da, wo die Kopf hinrennen Der holt irgendwas, weil die haben eine Fause geniehen und ich glaub ich Ach, der verletzt, stimmt gleich das Spiel Wenn das Spiel verlässt, dann hat er seiner Crew keine Ehre erwiesen Ja Ist raus Ahhhh Schade Keiner fickt mich, keiner fickt mich Ehhh Ja, 3 Mann Gut, die 3 gegen 1 ist auch schon so ein Assi, muss ich sagen So, er hat doch ne Chance, er hat alle 3 geholt Schade Und du? Na, ein neues Opfer suchen Das kriegt doch halt Das kriegt doch halt Ehhh 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 Sooo Riko, du kannst ja auch mal C.O. hinterziehen, den Fäcki, weil der eigentlich ganz korrekt ist. Soll ich jetzt mal so einfach sagen? Alter, oh mein Scherz. Hä, ich hab so... was ist das denn? Hä? Was geht mit denen ab? Warum ist der bei mir rot markiert? Ja? Die sind aggressiv auf mir. Ich bin aggressiv auf dir, ja, das gefällt dir doch. Ich weiß nicht, wer hier noch drin ist. Und man holen kann hier diesen komischen OneFord, der ist glaube ich auch... oder wie? Ja, willst du? Ja. Ist glaube ich auch da irgendwie... Bisschen feindlich ge... Ich bin grad gewundert, hä? Hä? Aber Markus hat sich gerade um was gekümmert. Äh, wer? Ja. Wie gesagt, wer weiß der Typ? Mh... 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 Wir sind beim Militärgelände. Ich glaub der eine fliegt mit dem Chat rum. Aua. Das sind so assia, da ich bin in der Karte. Ah, jetzt gehen wir die Kopfschule auf Eier. Hätt' mich. Nee. Nee. Ich wollte nicht sagen. Alter! Kev greift sein eigenes CEO an, auch nicht schlecht. Die kriegen schon wieder untereinander. Hier, der fliegt, der fliegt, der fliegt über uns. Und das ist dein Kumpel, dein Kumpel. Rekord. Der fliegt da. Das Kopfgeld. In der Luft. Ich seh's nicht. Er ist ja auch oben. Die sind beide da drin. Ich würde auch sein Symbol sehen. Hä? Der Totenkopf! Ja, den seh ich aber nicht. Jetzt da oben. Auf der Karte. Ja, ja, ja. Hab ich sie. Auf der Karte. Worauf wart ihr? Ich weiß, ganz da hinten. Es sind beide da drin. Sieht zwar aus, als wenn die Kajo machen, aber das ist mir egal. Eieiei. Oh. Das tut mir leid. Wo sind die denn jetzt hin? Die waren in der Luft. Ja, jetzt ist es spät. Die sind jetzt fast bei Kajo. Die sind von der Map. Lange wartest. Feuer. Heizhaft. Ich glaube, der war auf Kajo. Der war wutzig. Lass ihn doch einfach stehen. Freak, oder? Ja, der ist auf Kajo. Nee, bei dir nicht. Oh! Das war toll. Hahaha! 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 Alter! Komm runter! Ja, ja, ja! Ah, jetzt! Ey! Entschuldigung. Ich wollte eigentlich den Wagen da wegziehen. Alter! Vor allem ist er nicht mal gestorben. Ja, geht ja auch nicht. Danke. Hahaha! Hahaha! Die sind so geil aus! Hahaha! Jetzt fehlen da noch so ein paar Techno-Beats dazu. Jetzt fehlen da noch so ein paar Techno-Beats dazu! Hahaha! Jetzt hättest du es ruhig. Das ist blöd. selbstverständlich so muss man die mal anderen nach hinten wo er muss sich doch hier mal provozieren lassen also ist dann sprüge kann ich ich bin eigentlich genau wieder da gelandet wo ich gerade gestartet das ist doch der der afk hat eigentlich beim flughafen ist auch noch irgendwie einer eingepackt wir uns den mal an ist er denn er muss irgendwo hier sein als in zwei ja das ist aber kurz weg genutzt mit mk2 ich habe leider nur ein erwischt deswegen konnte der mich weg schießen ich bin 100 meter entfernt alter und ich habe alle fünf Prozent immer irgendwo genau neben dem Wettbewerb die gleichen hätte geben können der angeblich auch nicht nur 200 Kilometer weg es wurde zu weit weg bei der Beine von für wegen Prozent CEO Ja Er mischt auch ein bisschen die Map auf Entsprechend Ingame Weißt du das? Weil ich es gesehen habe, ich höre mir das Wir sind wieder da hinten gespawnt hier Ich habe ihn noch erledigt Du hast ihn gejagt und abgeschossen Und er schreit einfach nur so Und fällt da runter und tot Ich habe bereits ein Bestechen an Oh, jetzt bist du so dumm, Alter Jetzt musst du wieder sperren 50.000 Euro für dich ausgegeben wird Beiden sind so okay Ja Da Das sind bestimmt irgendwelche Kitties, die keine Ahnung haben Ja, ja, ganz klein Also von der Stimmlage her War ganz jung Lass die nicht mal 10 Ja Also solche, die eigentlich so ein Spiel hier gar nicht spielen dürfen Ja Toll, jetzt sind sie aufgeteilt Der eine ist hinter uns, der andere ist vorne beim Hangar Ja Ja, der andere ist auf der Straße Und bei den Faki, bitte mit in die In die In der CEO Der hilft uns jetzt gerade wieder bei uns Dann habe ich da schon angefragt Achso, okay Ist das aber schon, wenn er nicht beitritt Er will Er will wahrscheinlich nicht Okay Das ist auch noch ein Spieler über uns, ja Ja, das ist der Faki Da Da, der tut selber nicht bei Das wäre wohl schön Ja Na, nur die Idee Wo willst du denn hin? Hä? Ich weiß auch selbst nicht Mir hat gerade irgendjemand eine Markierung angemacht Ja Ja, ich hatte die andere vorher Weil ich vorher auch was markiert hatte Die ist eigentlich gut Oh, Alter, wie sind alle Drei Mann Der andere ist im Hangar Ja, ich spring mal rüber Oh, aber nicht so Hat ja funktioniert Ja, das sah gut aus Jetzt komm jetzt flippt wieder zurück Mensch Ja, ich hatte zweimal die Anfrage gesendet Der trifft nicht bei Also, sorry schon Ja, guck Schade, aber Achso, das Tor wäre auch aufgegangen Na super Ja Ja Mist, der hat mich erwischt Alter Ich auch War doch ordentlich Was war ich denn? Ich wohne im Hangar Ich auch Ich habe ihn direkt getötet Ich bin in so einer scheiß Seitentür gespawnt Wie dumm Nein, sie sind zu ihm getötet Das habe ich gesehen Jetzt sind sie wieder draußen Oh, ich habe eine Idee Ach Ich bestelle mir jetzt was Was er gestern gekauft hat Was er gestern gekauft hat Mhm Black Netflix Black Netflix Nicht Netflix Pornhub Netflix Netflix Ich habe mich nicht Ich habe einen Säger Ja, wird gleich von der geschaffen Alter Er ist einfach, wird bei mir einfach, weggeploppt und, äh Und doch, der mich erschroßen mit der Akταιbe wieso hast du fake erledigt ja der stadt daneben dafür kann ich nicht beitreten ich habe es gesagt hat er doch gemacht also doch gesagt hat ihn angestimmt den CEO angefragt hat jetzt sind die alle draußen gespawnt ja